So, meine Damen und Herren, jetzt ist es glaube ich an. Ich würde vorschlagen, damit wir nicht allzu sehr in Verzug kommen, dass wir mit unserer nächsten Session hier vorne weitermachen. Die Folie müsste man noch kurz eins weiter blättern. Ich darf Sie auch von meiner Seite sehr herzlich begrüßen und damit Sie alle auch wissen, dass es einen Livestream zu dieser Veranstaltung gibt, sage ich jetzt, ich begrüße Sie hier im Studio und auch an den Bildschirmen zu Hause sozusagen. Sodass, wenn Sie vielleicht morgen mal eine halbe Stunde keine Zeit haben, um hier vor Ort zu sein, keine Angst, Sie können das in der Zeit auch zu Hause dann auf Ihrem Tablet, iPad, iPod, iPhone, was auch immer weitergucken. Ich darf auch noch mal an den Hashtag erinnern. Es wird schon ganz eifrig getwittert, WKS13. Und ich darf Sie alle ermutigen, dass Sie das auch weiter tun werden. Die nächste Session, die wir jetzt hier aber gar nicht so sehr zu Social Media oder Ähnlichem haben werden, sondern zu Fragen der Demoskopie wartet auf uns. Demoskopie, wenn Sie mal so den politischen Alltag verfolgen, dann kriegen wir ja quasi jeden Tag so unsere tägliche Dosis. Vierter, Sechster, ich habe eben mal geschaut, YouGov-Insa-Umfrage, fünfter, Sechster-Forsa-Umfrage, sechster, Sechster-Infratest-DiMap-Umfrage, siebter, Sechster-Forschungsgruppe-Wahlen, neunter, Sechster-Emnet. Und ich vermute mal, so wird es tatsächlich bis zum eigentlichen Wahltag weitergehen. Das wissen wir auch als Inhaltsanalyse. Insofern, Demoskopie ist ohne Zweifel ein fundamentaler, ein integraler Bestandteil heutiger Wahlkämpfe. Und insofern ist es auch nur angemessen, dass wir uns heute mit genau dieser Frage beschäftigen. Es hat diese sozusagen öffentliche Komponente, die ich Ihnen gerade skizziert habe, aber es hat natürlich auch, und es schwingt ja in dem Titel der Session Wahlkampfmacher auch so ein bisschen mit, es hat auch eine interne Komponente. Und ich bin sehr froh, dass wir mit Richard Hilmer heute hier jemanden für die Veranstaltung haben gewinnen können, der eigentlich, glaube ich, aus, so viel darf ich sagen, aus beiden Bereichen, also dieser öffentlichkeitswirksamen Komponente von Umfragen, aber auch durchaus dieser internen, parteiinternen, wahlkampfbezogenen Komponente uns viele interessante Einblicke geben kann. Ich muss Herrn Hilmer nicht wirklich vorstellen, Sie alle kennen ihn. Insofern belasse ich es dabei zu sagen, dass er der Geschäftsführer von Infratest-DiMap ist, dem Institut, das verantwortlich ist für die Wahlberichterstattung der ARD Deutschlandtrend und auch am Wahlabend. Und er ist, jetzt korrigieren Sie mich, die Persönlichkeit des Jahres als solche ausgezeichnet worden vom Verband der Meinungsforscher in Deutschland. Also wenn Sie mir nicht glauben, sozusagen, dann glauben Sie den Berufsstandskollegen, dass wir wirklich einen ausgewiesenen Experten heute hier haben. Damit sind die Erwartungen hoch, Herr Hilmer, und damit würde ich auch an Sie an der Stelle das Wort übergeben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich werde also jetzt wieder, wie mein Nachbar vorhin erwähnte, Erden mit demoskopischen Befunden. Der Titel, der mir von dem Herrn Leif netterweise vorgegeben wurde, ist so offensichtlich wirklichkeitsfremd, wir als heimliche Wahlkampfmacher. Deswegen habe ich mir erlaubt, den Titel auch zu verändern. Sie sehen, er steht jetzt hier, was Wahlen entscheidet. Ich werde also versuchen, noch mal aus unseren Befunden zusammenzustellen, was für die Wähler entscheidende Faktoren sind und damit natürlich auch für die Parteien und für die Wahlkampfstrategen Faktoren, die Berücksichtigung finden sollten zumindest. Ob sie es dann letztlich tun, ist eine andere Sache. Herr Weidenfeld hat ja schon darauf hingewiesen. Die Zeit der Gewissheiten ist vorbei. Kollegen früherer Jahre von mir, die brauchten relativ wenige Informationen über einen Wähler zu wissen. Ältere Dame, katholisch, im ländlichen Raum in Bayern lebend, da musste man keine Umfrage durchführen, um rauszukriegen, wen diese Dame wohl wählen würde. Das war aber spätestens 2002 im Übrigen anders. Da haben nämlich auch alte Damen ab und zu Joschka Fischer gewählt. Dieses Ende der Gewissheiten wird hier beleuchtet. Früher war es ja so, dass eben die Gläubigen, die Christen und auch Arbeitgeber wählten, zumindest mehrheitlich, in deutlicher Mehrheit CDU und die Arbeiter wählten SPD, wie es sich gehörte. Das sind jetzt Ergebnisse aus den letzten Landtagswahlen seit 1997. Immer die Differenz des Gesamtergebnisses vom Ergebnis der Arbeiter. Also eigentlich früher oder traditionell hätten eben Arbeiter immer überdurchschnittlich SPD wählen müssen. Sie sehen, das war auch am Anfang in etwa der Fall. Aber mittlerweile erleben wir Dinge, Wahlen, da ist der Anteil der SPD unter den Arbeitern sogar unter dem Durchschnitt. Hat natürlich ein bisschen was mit Vereinigung auch zu tun. Im Osten hat es ja mit der PDS später Linkspartei eine starke Konkurrenz. Aber auf jeden Fall sieht man schon, es ist deutlich volatiler geworden. Die Milieus, auch das wurde erwähnt, haben nicht mehr diese Wirkkraft, die haben auch nicht mehr diese Größe. Früher war es ja auch so, eben die Kirchgänger wählten CDU, die Gewerkschaftsmitglieder SPD. Auch das ist keine Garantie mehr. Hinzu kam sinkende Parteibindung. Das ist ein Momentum, das wir seit geraumer Zeit, Sie sehen die Entwicklung seit 1976. 1976 hat knapp jeder neun von zehn Wählern vorher schon gewusst, Monate vorher, zum Teil Jahre vorher, wie sie sich bei den jeweiligen Wahlen entscheiden. Es wurde trotzdem knapp, aber wir haben es ja gehört, da handelt es sich um Schwankungen von ein, zwei, drei Prozentpunkten. Heute erleben wir Schwankungen bei Landtagswahlen von 20 Prozentpunkten und mehr bei einer Partei, wohlgemerkt. Die sinkende Parteibindung führt natürlich automatisch dazu, dass Wähler sich eben situativ an anderen Faktoren orientieren müssen. Entscheidungen werden situativer und orientieren sich eben an anderen Gegebenheiten. Und ich will jetzt mal in zumindest zehn Thesen einige dieser Faktoren beleuchten. Die erste, den Satz muss man jetzt nicht mehr sonderlich häufig zitieren, das ist sicherlich nach dem Pudelskern einer der meist zitierten Sätze, zumindest in unserem Metier von James Carroll. It's the economy is stupid. Das ist natürlich ein Satz, der passt eher auf eine Weltmacht, denn das Gegenmodell wäre die Außenpolitik. Außenpolitik war, spielte in Deutschland, nimmt man mal die Deutschlandpolitik aus, noch nie so eine sonderliche Rolle. Ausnahme mal kurz Irak-Konflikt, aber ansonsten ist das eher ein Nebenthema gewesen. Wir befragen unsere Wählerinnen und Wähler bei den Wahltagsbefragungen immer, welcher Aspekt, welches Themenfeld denn im Vordergrund stand und tatsächlich it's economy, was vorne steht. Dann soziale Gerechtigkeit, dann Arbeitsmarktpolitik, früher natürlich deutlich bedeutsamer, in den Enden zum Ende der 90er Jahre bis 2005, 6, 7 in etwa. Und die Bildungspolitik, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Aber entscheidend ist natürlich, welches Thema denn für welche Wählergruppe von Bedeutung ist. Und da sieht man, Unions- und SPD-Wähler für die ist Wirtschaftspolitik klar im Vordergrund. Andere Themen sind da deutlich weniger relevant, wobei natürlich schon das Amalgam an Themen eine gewichtige Rolle spielt. Bei der FDP spielt immer das einzige Partei auch die Steuerpolitik eine gewichtige Rolle. SPD und auch Linkspartei orientieren sich am stärksten in Richtung soziale Gerechtigkeit. Die Wähler, die Wähler der Linkspartei deutlich stärker. Da ist soziale Gerechtigkeit, ein schillernder Begriff, sicherlich auch etwas anders konnotiert als bei der SPD. Bei der SPD ist es eben auch bedeutsam. Wirtschaftspolitik ist immer auch an zweiter Stelle. Das muss also schon auch sich rechnen lassen. Das muss auch mit der Wirklichkeit zusammenpassen, was da an sozialer Gerechtigkeit, an Maßnahmen, um sie zu erreichen, auch realisiert wird. Die Grünen spielen in einer eigenen Liga. Sie haben ein völlig anderes Profil. Die Wähler erwarten seit Jahrzehnten vor allen Dingen eines, eine gute Umweltpolitik, später auch Klimapolitik. Immer häufiger wird allerdings auch die Energiepolitik ein wichtiges Thema. In den letzten Jahren natürlich umso mehr. Damit wurde auch schon mal eine Wahl zugunsten der Grünen entschieden. Und auch soziale Gerechtigkeit und die Bildungspolitik sind wichtige Parameter. Für die Parteien ist natürlich von entscheidender Bedeutung, dass sie in diesen Kernbereichen, die für ihre Wähler bei der Betrachtung der Leistungen dieser Parteien, auch sicherlich der Versprechungen dieser Parteien, im Vordergrund sind. Diese Issue Values, ja Wählerrechte, die ist auch noch dabei, allerdings die lassen wir jetzt mal außen vor. Da muss schon viel zusammenkommen, nämlich Ausländerpolitik und auch innere Sicherheit, damit die hochkochen. Die Parteien, das ist ja These Nummer zwei, müssen in den ihnen zugeschriebenen Kernkompetenzbereichen stehen. Sie müssen reüssieren, sie müssen in der Bevölkerung Anerkennung finden, aber vor allem natürlich von den eigenen Parteianhängern. Sie haben gesehen, welche Felder im Vordergrund stehen bei den einzelnen Parteien. Das sind jetzt die neuesten Ergebnisse aus dem Deutschlandtrend im Vergleich zu den Werten kurz vor der letzten Bundestagswahl. Und Sie sehen, die CDU steht in den Bereichen, die für sie wichtig sind, zum Teil zumindest auf gleicher Höhe, in manchen Bereichen sogar über ihren Werten von 2009. Die SPD tut sich da ein bisschen schwerer. Sie ist zwar bei sozialer Gerechtigkeit etwas besser unterwegs, aber im Bereich Arbeitsplätze, Sicherheit auch ein wichtiges Momentum, wo sozusagen Gerechtigkeit dann auch konkret wird in konkreter und guter Arbeit. Da liegen sie doch deutlich hinter der CDU zurück. Die FDP, deswegen ein roter Kreis, liegt deutlich unter den Werten, die sie ja damals bis knapp an die 15-Prozent-Linie geführt hat. Sicherlich ein ganz wesentlicher Grund auch dafür, dass sie eben mittlerweile auf dem Bereich liegt, wo eher heute noch Kompetenz im steuerpolitischen Bereich zugeschrieben wird. Dort liegt sie nur noch bei 5 Prozent. Vorher lag sie auf Augenhöhe mit SPD und CDU. Jetzt ist sie auf Augenhöhe mit der Linkspartei und auch in der Wirtschaftspolitik hat sie deutlich verloren. Die Linke hat ein Themenmodell, das ist wichtig für sie, abgesehen davon, dass sie immer als Antipode der SPD Stimmen gewinnen kann. Sie muss im Bereich soziale Gerechtigkeit punkten. Das tut sie deutlich weniger als noch vor vier Jahren. Die Grünen, deren wichtigste Bereich fehlt ja die Umweltpolitik. Aber da hat sie bei der letzten Erhebung seit Jahren auch immer über 60 Prozent an zugeschriebener Kernkompetenz gehabt. Das heißt, weit über die eigene Anhängerschaft hinaus sind die Bürger überzeugt. Von Umweltpolitik verstehen die Grünen am meisten. Aber sie hat eben auch mit der Energiepolitik mittlerweile ein Feld, ein etwas härteres Politikfeld, wo sie eben auch um wirtschaftliche Erfolge, um Konkurrenzfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit geht, an Boden gewonnen. Also insofern CDU, Grüne mit Sicherheit sehr gut unterwegs. In diesem Bereich SPD sicherlich noch viel Luft nach oben. FDP und Linke Darben können die Erwartungen, die sie ehemals mal bewegt haben, nicht mehr realisieren. Die dritte These, Regierungen werden in der Regel eben bestätigt oder abgewählt, je nachdem, ob man zufrieden oder unzufrieden ist. Die Opposition ist da sozusagen eher nebensächlich. Sie muss stehen, sie muss als Alternative zumindest denkbar sein. Aber entscheidend kommt es darauf an, wie die Regierungsarbeit bewertet wird. Wir haben vor allen Wahlen seit 1997, seitdem wir das für die ARD machen, immer die Frage auch der Zufriedenheit mit der Regierungspolitik gestellt. Und wenn man diese Werte kurz vor der Wahl mal in Verbindung bringt mit dem Ausgang der Wahl, dann sieht man schon einen gewissen Zusammenhang. Kein 1 zu 1 Zusammenhang, aber in der Regel ist es so, wer eben eine Zufriedenheitswerte von über 50 Prozent hat, der kann, konnte, muss man sagen, mittlerweile eigentlich davon ausgehen, er hat eine beste Chance, wiedergewählt zu werden. Wer unter 45 Prozent liegt, da wurde es in der Regel sehr knapp. Im Übrigen, hier fehlt der aktuelle Wert der Bundesregierung, der liegt bei 43 Prozent. Also in dem hier eigentlich gefährdeten Bereich bei der Bundestagswahl ist allerdings die Messlatte ein bisschen höher, da sind die kritischen Stimmen traditionell deutlich höher. 43 Prozent ist gar nicht so schlecht, da kann man durchaus eine Wahl auch gewinnen. Aber Sie sehen, Niedersachsen hier mit 2003 mit 58 Prozent Zufriedenheit, oder 56 waren es, glaube ich, mit der Landesregierung trotzdem verloren. Der Regierungschef sozusagen als Nebenthese ist natürlich auch von Bedeutung. Auch das galt früher, wenn der Regierungschef Werte hat von über 60, 65, 70 Prozent, dann besteht zumindest Chancen, dass der Chef im Amt bleibt, vielleicht mit einem anderen Koalitionspartner, das verstehen wir da unter partiellem Wechsel. Wenn der Regierungschef unter 50 Prozent rutscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass er abgewählt wird oder in Schwierigkeiten gerät. Auch diese Gewissheit müssten wir mit Niedersachsen erst einmal zur Seite stellen. Mit 58 Prozent ist McAllister abgewählt worden, obwohl eben eine große Mehrheit zufrieden war. Vierte These, trotzdem, es ist das Spitzenpersonal, das Personal mit den Parteien in die Wahl gehen. Wir fragen auch immer bei den Wahltagsbefragungen, was war denn für Sie das Wichtigste? Die traditionelle Bindung an die Partei, also dass Sie immer dieselbe Partei wählen, die Themen oder eben der Kandidat, die Kandidatin. In der Regel sind die Themen im Vordergrund für die kleineren Parteien noch mal wichtiger als für die beiden großen Parteien. Aber es gibt immer wieder Wahlen, wo eben der Kandidat im Vordergrund stand. Das sind jetzt sowas jeweils für SPD und CDU die Spitzen. Leute, das sind nur Sieger. Wer solche Werte hat, gewinnt auch. Eine Wahl, das gilt vor allen Dingen für von Beust. Die CDU hätte ohne von Beust wahrscheinlich in Hamburg nicht die Chancen gehabt, zumindest um es mal vorsichtig auszudrücken, wie eben mit ihm. Er hat der CDU dort eine völlig neue Möglichkeit eröffnet. Er hat sicherlich im Sinne von Herrn Weidenfeld neue virtuelle Welten erschlossen. die andere eben nicht erschlossen haben. Als er weg war, fand sich die CDU auf einmal wieder in der harten Wirklichkeit ihrer Existenz, die eben in Städten nicht sonderlich reüssierte, wie man auch in Nachfolge erkennen konnte. Und auch im Saarland, als eben es darum im Wesentlichen, die Konstellation war klar, die Regierung war klar, es gibt eine große Koalition. CDU und SPD lagen lange gleich auf, aber Kramp-Karrenbauer hat eben eindeutig den personellen Wahlkampf gewonnen und die Leute wussten, eigentlich geht es nicht mehr darum zu wählen, welche Regierungskonstellation. Wir wählen eigentlich jetzt im Wesentlichen den Regierungschef oder die Chefin. Da hatte Kramp-Karrenbauer dann die Nase vorne bei der SPD, umgekehrt scharf mit dem Spitzenwert, dann aber auch Beck, Platzeck, Simonis. Bei der Bundestagswahl werden diese Werte in der Regel nicht erreicht, da sind die Themen nochmal wichtiger, aber trotzdem, immerhin Schröder kam 98 auf 42 Prozent, lag damit um Längen vor Kohl. Er war also ein gewichtiges Pfund für den Wahlsieg der SPD damals. Während Merkel zum Beispiel 2005, da waren Kandidaten, spielten da nur noch marginal eine Rolle. Da spielte sozusagen die Auseinandersetzung der Partei eine größere. Und auch 2009 lag Merkel bei etwas um Drittel. Sie hat an Bedeutung zugenommen. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Konstellation, ich komme da gleich nochmal drauf, eine größere Rolle spielen wird. Neu hinzugekommen ist allerdings, wir haben es ja jetzt nun ausführlichst diskutiert, die Frage der Regierungskonstellation, Lagerwahlkampf oder Lagerpräferenzen. Fakt ist, dass die Koalition in die Regierung in Niedersachsen sicherlich nicht an der CDU gescheitert ist, sicherlich nicht an McAllister gescheitert ist, aber sicherlich an Schwarz-Gelb gescheitert ist. Schwarz-Gelb ist eine Konstellation, die derzeit nicht hoch im Kurs liegt. Viermal ist Schwarz-Gelb bei den letzten Landtagswahlen angetreten, viermal hat sie verloren. Im September tritt sie noch dreimal an. Diese Konstellation mit unsicherem Ausgang, sicherlich am positivsten, die Chancen für Schwarz-Gelb, wohlgemerkt im Bund. In Bayern wird es die CSU mit Sicherheit ohne die FDP probieren. Was insofern ganz spannend ist, eine Wahl eine Woche vor der Bundestagswahl, also eine wichtige Wahl für die Wahl im Bund, in Bayern, diese Wahl eine Woche davor, die wird natürlich Auswirkungen haben auf die Bundestagswahl. Ich weiß nicht, ob darüber schon gesprochen wurde. Das wird sicherlich ganz spannend werden. Sie sehen, eine Mehrheit ist für einen Regierungswechsel. Darunter sind jetzt auch eine ganze Reihe von CDU-Wählern, die eigentlich nicht mehr mit der FDP regieren wollen. Herr Weidenfeld hat ja sozusagen aus der Perspektive Merkels einen wichtigen Grund genannt. Und auch in der Präferenzstruktur liegt Rot-Grün noch vorne. Allerdings, man muss dazu sagen, das war schon mal deutlich deutlicher. Die Strahlkraft von Rot-Grün hat sozusagen im Wahlkampf ein bisschen nachgelassen. Dass Schwarz-Gelb ein bisschen aufholt, ist insofern klar, denn das ist die Konstellation, die Wahlkampf-Aussage der CDU. Die mag sie vielleicht dann noch mal aufweichen. Muss man mal sehen. Das ist nicht ganz unriskant. Aber ich glaube, bei den Werten wird sie es eher durchziehen. These 6. Es kann immer was dazwischen kommen. Überraschende Ereignisse entscheiden bisweilen Wahlen. Das war ganz prominent natürlich 2011 Fukushima. Das uns den ersten grünen Ministerpräsidenten bescherte. Wir haben in der Woche vor Fukushima, unmittelbar nach Fukushima, sind wir aus dem Feld gegangen. Da war Fukushima noch nicht drin in den Werten der Sonntagsfragen. Wir haben lange überlegt, ob wir die Zahl überhaupt veröffentlichen sollen. Denn erstmals hatte Schwarz-Gelb die Mehrheit wieder. Und nach Fukushima, wir waren drei Tage später wieder draußen, am Schluss wird es relativ häufig durchgeführt. Da lag eben dann Grün-Rot in diesem Falle vorne. Und ein weiteres Ereignis war natürlich das Hochwasser, das derzeit ein bisschen aktueller ist. Denn wir haben wieder ein Hochwasser, das damals genauso die Medien beherrschte, wie diesmal auch. Wir erheben immer wieder kontinuierlich die Frage, was denn die Leute am meisten beschäftigt in Politik und Gesellschaft. Damals eben das Hochwasser. Sie sehen, später, kurz vor der Wahl, in der 39. Woche, dann am Sonntag oder Ende der 38. war eben die Bundestagswahl. Da kam der Irak-Konflikt nicht dazu. Und der Bundeskanzler, der damals amtierende, Sie erinnern sich, der damals unter dem Image der ruhigen Hand, was als eher zittrige Hand, als Unentschlossenheit interpretiert wurde, Litt hat dieses Ereignis durchaus genutzt, um sich da etwas besser zu positionieren. Er kam aus dieser Krise auf jeden Fall als der klar besser dotierte oder besser beleumundete Krisenmanager raus gegenüber Stoiber. Und das hat ihm dann am Schluss, gemeinsam mit dem Irak-Konflikt, auch diesen Vorsprung gegenüber Stoiber, diesen personellen Vorsprung gebracht, der dann auch seine Partei knapp vor die Union brachte. Diese sieben aktuellst sicherlich, heute auch schon mehrfach thematisiert, die Mobilisierung der eigenen Wähler ist entscheidend. Und diese These kann man vielfach belegen, am besten sicherlich aus der letzten Bundestagswahl, wo ja das berühmte Stichwort der asymmetrischen Demobilisierung aufkam. Demobilisierung auf beiden Seiten, Sie sehen beide große Parteien, beide Volksparteien gaben massiv an das Nichtwählerlager ab, am meisten von allen Parteien. Die CDU immerhin 850.000, aber eben, Herr Weidenwels hat es ja erwähnt, der Kuchen wurde kleiner, aber die Tatsache, dass die SPD eben doppelt so viele Stimmen abgab an das Nichtwählerlager, führte eben dazu, dass der Anteil der CDU ungleich größer wurde an dem Gesamtkuchen und sie eben um Längen dann die Wahl auch gewann. Die aktuelle Situation ist da nicht ganz einfach einzuschätzen, aber es ist sicherlich nicht allzu spekulativ, darauf hinzuweisen, je höher die Wahlbeteiligung, desto besser die Chancen der SPD zumindest in Richtung 30% zu kommen. Sie wissen, zurzeit liegt sie eher so bei 27%. Sie ist im Wesentlichen davon abhängig, dass sie eben diese enttäuschten Wähler, die damals enttäuscht zu Hause blieben, wieder mobilisiert werden. Sie haben gesehen, ein wesentlicher Grund damals, warum sie eben nicht mobilisieren konnte, waren nicht nur eben die Tatsache, dass sie sozusagen nach immerhin dann elf Regierungsjahren, sie war ja sieben Jahre zusammen mit den Grünen zusammen in der Regierung, dann eben in der großen Koalition, dass da natürlich Verschleißerscheinungen vorhanden waren, dass da natürlich auch die Agenda-Politik noch eine gewisse Rolle spielte, mindestens genauso entscheidend war aber die Tatsache, dass sie eben keine Machtoption hatte. Rechnerisch, das sei nochmal in Richtung der Spekulationen schon vorhin erwähnt, hätte es ja gereicht für Rot-Gelb-Grün. Aber wenn der eine Partner so dezidiert sagt, mit mir nicht, dann hat das natürlich Wirkung auf den Wählern. Insofern sind natürlich Aussagen, auch was eben Konstellationen anbetrifft, nicht ganz ohne Bedeutung. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Schwarz-Gelb klar gewonnen hat. Eine neue These, die jetzt immer mehr Vorhore macht, Frauen entscheiden eigentlich die Wahlen nicht nur, weil sie ein bisschen mehr sind. Sieht man die Wahlbeteiligung in Betracht, dann nivelliert sich der Vorteil wieder in etwa. Aber tatsächlich, Schröder ist damals durch, nicht zuletzt wegen eines stärkeren Rückgangs bei Frauen gewählt worden. Der stärker war zumindest eben auch bei Männern als der bei der CDU. Das war früher ganz anders. Die Frauen wählten in den 70er Jahren mehrheitlich die CDU. Er ist dann auch im Amt geblieben, vor allen Dingen 2002, weil ihm eben die Frauen die Stange gehalten haben. Bei den Männern ist er deutlich nach unten getrifftet, während eben die CDU bei den Männern zulegen konnte, bei den Frauen aber nicht so sehr. Bei der Bundestagswahl 2005 eine Patz-Situation und jetzt bei der Bundestagswahl 2009, bei der letzten Bundestagswahl, da machte sich der Merkel-Faktor dann doch schon bemerkbar. Sie hat stärkeren Zuspruch bei Frauen als bei Männern. Und das ist jetzt auch noch mal ein Stück weit verstärkt worden in der direkten Auseinandersetzung mit dem aktuellen SPD-Kandidaten Steinbrück. Sie sehen, die lagen mal ganz schön nahe beieinander. Bei den Männern allerdings immer näher als bei den Frauen. Und bei den Frauen gab es eben schon im Dezember einen ziemlichen Knick. Die Männer zogen da erst nach, im Januar. Und es ist immer mühsam, so eine Differenz dann wieder aufzuholen. Und Sie sehen, es gelingt ein bisschen, aber nach wie vor der Vorsprung bei den Frauen mit 33 Prozent gegenüber 20 bei den Männern von Merkel gegenüber Steinbrück ist schon gewaltig. Die Medien entscheiden Wahlen, sie würden ganz gerne, es gibt ja diesen wunderschönen Zitat von Tissi Bruns, gerade 2002, als eben bestimmte Medien da durchaus einen erkennbaren Wunsch zumindest vielleicht in der einen oder anderen Richtung hatten. Und sie feststellen mussten, dass der Wähler eben dann anders entschieden hat. 2005 gab es ja ähnliche Konstellationen. 2005 war vor allen Dingen deshalb interessant, weil eben seinerzeit eigentlich alle Welt von dem Sieg von Schwarz-Gelb ausging. Das ging ja bis in den Wahltag hinein, das ging bis in das Duell hinein auch, wo eben auch die Beobachter dieses Duells, die in der Phase zwischen 22 Uhr und 22.20 Uhr etwa, wenn die Ergebnisse der Umfrageinstitute eintreffen, das Feld beherrschen, ganz klar einen Sieg Merkels in diesem Duell festgestellt haben. Das war doch ein bisschen anders, vor allen Dingen die Unentschiedenen. Bei den Unentschiedenen konnte Schröder punkten und er konnte eben die SPD fast wieder an die CDU heranführen, an die CDU-CSU. Das hatte sicherlich mit diesem Duell zu tun. Das ist allerdings wirklich das einzige empirische Momentum, wo wir sozusagen Einfluss von Medien unmittelbar berücksichtigen können. Und da sind Sie natürlich auch nur Transporteur von Meinungen, die im Original ja von den Spitzenkandidaten kamen. Ansonsten kommen wir demoskopisch an den Einfluss von Medien eigentlich eher nicht heran. Ja und die letzte These, wir sind ja die eigentlichen Meinungsmacher, die Leute, die im Wahlkampf entscheiden. Also die Umfragen entscheiden. Die Wahl haben Umfrageneinfluss. Hier sozusagen ein prominentes Ergebnis aus der Bundespressekonferenz. Brettschneider hat ja mal die versammelte Journalistenschaft in Berlin gefragt. Und die meinten, ja 83 Prozent, die haben schon Einfluss. Und stimmt natürlich auch. Es gibt verschiedene Thesen. Bandwagon-Effekt, Mitleidseffekt, das sind so die geläufigsten. Allerdings dafür gibt es auch am wenigsten empirische Belege dafür. Also gerade im Bandwagon-Effekt, ich habe ja gerade auf die Bundestagswahl 2005 hingewiesen, hätte es einen Bandwagon-Effekt gegeben, dann hätte Schwarz-Gelb um Längen nochmal deutlicher gewinnen müssen, als es sozusagen in der Öffentlichkeit schon dargestellt wurde. Denn die Wahl schien nun wirklich in den Medien zumindest, wenn man die las, gelaufen zu sein. Mitleidseffekt gut. Das ist sozusagen immer das Gegenargument. Wenn es da nicht hingehaut hat, dann war halt eben das gleiche Momentum Mitleidseffekt dabei und hat das ausgeglichen. Aber die anderen beiden Momente sind natürlich interessanter. Taktisches Wählen. Unser Zwei-Stimmen-Wahlrecht fördert das. Auch Demobilisierung. Mobilisierung ist natürlich ein wichtiges Thema. Und beides hat man eigentlich wunderbar gesehen. Vielleicht nochmal die Unterlage dafür. Das wird natürlich umso wichtiger, je unentschlossener die Wähler in die Wahl hineingehen. Hier sehen Sie die Entwicklung des Anteils unentschlossener Wähler unmittelbar vor der Wahl. Vor den letzten drei Bundestagswahlen hat sich dieser Anteil verdoppelt. Der Anteil der Kurzentschlossenen, die uns im Nachhinein gesagt haben, ich habe mich eigentlich erst in den letzten Tagen oder am Tag der Wahl entschlossen, war 98 relativ hoch, stieg dann aber jetzt nochmal auf 33%. Und eben auch die taktischen Wähler sind gestiegen von 21 auf 27%. Das hat ja auch seine Gründe. Und genau das hat dazu geführt, dass unsere Umfragen im Vorfeld, ich sage bewusst Umfragen und nicht Prognosen, im Vorfeld etwas anders aussahen als dann das Wahlergebnis. Sie erinnern sich, alle Institute hatten die CDU bei 40, 41%. Alle Institute hatten die FDP bei 5%. Zusammen ergibt das 45%. Gekriegt haben sie zusammen 45,9%. Das war also gar nicht so großartig unterschiedlich. Aber die Verteilung war eine völlig andere. Die FDP kam eben auf 9,9%. Und die CDU auf 36%. Wenn Sie jetzt das zusammenrechnen, es war für jeden Wähler, der einigermaßen der Arithmetik mächtig war, klar, die CDU würde es nie alleine schaffen. Sie braucht in jedem Falle die FDP. Insofern war es naheliegend und die Wähler haben es in den Umfragen dann auch in großer Zahl bestätigt. Zwei Drittel der FDP-Wähler sagten, sie gaben der FDP die Stimme, um eben sozusagen eine schwarz-gelbe Regierung zu ermöglichen. Eigentlich gaben sie sich als Parteianhänger der CDU zu erkennen. Es hat dann knapp nicht gereicht. Aber ohne diesen Schwung, ohne diese Veränderung hätte es auch nicht gereicht. Es gab ja dann die Diskussion, Sie sind ja darauf eingestiegen, Herr Faas, was wäre denn gewesen, die Diskussion wird ja jetzt fortgesetzt, wenn die Institute noch in der Woche vor der Wahl veröffentlicht hätten. Da war die FDP schon sicherlich stärker. Die Forschungsgruppe hatte sie dann, glaube ich, sie hat es vermeldet, auf sieben, acht Prozentpunkte gehabt. Ja, wenn sie das dann veröffentlicht hätte, dann hätte ja eines auch passieren können. Die Wähler, die dann sagen, naja, ich gebe ja, eigentlich bin ich CDU-Anhänger, ich gebe der FDP die Stimme, damit die eben sicher drin ist. Sieben Prozent, das ist eben das Problem. Wir können immer sagen, das ist keine Prognose, das sind Stimmungen vor der Wahl. Aber da sind eben schon diese taktischen Momente und die taktischen Wähler, die hätten natürlich dann auch den Schluss daraus ziehen können, die sind ja drin, die haben ja schon sieben, also brauchen die meine Stimme gar nicht mehr. Und was wäre passiert, wenn sie dann mit 4,5 rausgeflogen wären? Dann wäre die Diskussion sicherlich noch heftiger gewesen. Aber klar ist, es gibt Einfluss und ich denke, hier sieht man nochmal diesen Effekt. Wir haben noch nie so ein intensives Splitting-Verhalten gehabt. Drei von vier FDP-Wählern Zweitstimme gaben der CDU die Erststimme. So etwas hatten wir noch nie. Das war plus 33 Prozentpunkte, glaube ich. Es gab auch ein starkes Splitting-Verhalten, ein stärkeres auf jeden Fall, als beim letzten Mal bei den Grünen, die eben immerhin so knapp vier von zehn der SPD, dem SPD-Kandidaten oder der Kandidatin die Erststimme gegeben haben. Das ist immer auch ein Stück weit, ich denke, so kann man das interpretieren und Nachwahlerhebungen stärken diese Interpretation. Das ist schon so ein bisschen auch Lageempfinden. In dem Zweitstimmen-Verhalten drückt sich der Zusammenhalt in einem Lager auch aus. Da steckt auch viel Strategie dahinter. Das wird sicherlich nicht mehr in dem Maße erfolgen wie zuletzt bei den letzten Wahlen, denn das Wahlrecht hat sich geändert. Früher ist ja dieses Splitting-Verhalten nochmal mit einer Reihe von Überhangmandaten, die nicht ausgeglichen wurden, belohnt worden. Beim letzten Mal bei der Union immerhin, glaube ich, 24, 25 Sitze. Und diesmal wird es das nicht geben, aber trotzdem, Splitting-Verhalten wird es geben. Also Umfragen beeinflussen natürlich, sondern ein Stück weit, sie dienen den Wählern, oder sagen wir mal umgekehrt, die Umfragen werden heute in erster Linie von Medien durchgeführt. Früher eher von Parteien, heute von Medien zum Zwecke der Veröffentlichung. Das hat mehrere Effekte. Zum einen, die Medien wollen ja auch ein Stück weit die Parteien kontrollieren, ihrer Rolle gerecht werden. Aber das hat natürlich auch, sie veröffentlichen ja die Daten. Sie tun das nur, weil sie ziemlich genau wissen, das interessiert auch die Leser, die Zuhörer, die gucken das an. Das hat also auch was mit ihrer Situation, mit ihrer Marktsituation zu tun. Und gesellschaftspolitisch ist es ein selbstreferenzieller Bezug oder, wie es Kase ausgedrückt hat, ein wichtiges Element der Befassung moderner Gesellschaften mit sich selbst. Der Befragte selbst kann sich in Relation setzen mit der Gesamtheit. Und er kann natürlich auch Schlüsse daraus ziehen. Zum Beispiel eben, was eben sein Wahlverhalten anbetrifft, wenn er eine bestimmte Absicht hat, Schwarz-Gelb zum Wahlsieg zu verhelfen oder der CDU zum Wahlsieg zu verhelfen. Und er sieht, er braucht die FDP dazu. Da kann er Schlüsse daraus ziehen. Ich denke, das ist auch richtig für einen mündigen Wahlbürger. Es gibt natürlich auch der Politik immer die Möglichkeit der Rückkopplung. Man kann sehen, ob eben Maßnahmen ankommen oder nicht ankommen. Deswegen muss man nicht die Politik gleich verändern, wenn sie nicht ankommen. Aber ich weiß zumindest, bei guten Umfragen zumindest, warum sie nicht ankommen, bei wem sie nicht ankommen, was die Gründe sind dafür. Und die kann ich dann versuchen, ja auch zu entkräften und für meine Politik zu werben. Insofern ist die Politik sicherlich getriebener. Aber sie hat natürlich auch ein Stück weit was davon. Sie kann sich dann auf strategische Forschung konzentrieren, wo es dann eben darum geht, auch potenzielle Wählergruppen zu erschließen. Da gibt es sicherlich andere Instrumente, die da etwas raffinierter daherkommen, die eben zielgruppenspezifisch ausgerichtet sind. Aber sie können natürlich auch aus diesen von uns frei veröffentlichten Umfragen leben. Unsere Umfragen finden Sie ja alle im Netz. Die Bürger finden das wichtig. Insofern, Herr Weidenfeld, auch Meinungsumfragen sind vertrauenswürdig. Zumindest sagen uns das die Befragten. Auch bei Institutionen vertrauen. Wir haben mal die Meinungsforschung, ich glaube, Gülner hat es auch mal gemacht, sozusagen reingeschmuggelt in die Institutionen. Und die schnitten da ziemlich gut ab, die Wahlforschungsinstitute. Sie liefern interessante, oft neue Informationen, was die Häufigkeit anbetrifft. Herr Faas hat es ja schon erwähnt. Ich glaube, wir haben im Schnitt so in den letzten Jahren so vier Umfragen pro Woche. Das ist schon eine Menge. Für uns ist es allerdings wichtig, pro Woche auch drin zu sein, in dieser Zeit vor der Wahl. Weil wir eben, wenn sich was verändert, auch wissen wollen, womit es zusammenhängt. Wenn eben bestimmte Ereignisse dann schon durch sind, die Flut ist durch und drei Wochen später merke ich, die CDU hat drei Punkte zugelegt, dann kann ich zwar vermuten, aber nicht mit Bestimmtheit sagen, kann ich natürlich auch nicht so ohne weiteres, wenn ich in der Woche erhebe. Aber trotzdem, man ist deutlich näher dran. Es gibt auch immer wieder den Vorwurf, Umfrageinstitute würden die Ergebnisse manipulieren. Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, diese unsinnige Unterstellung aus dem Raum zu nehmen, zu entkräften. Denn wir leben in einem extrem kompetitiven Bereich. Vor allen Dingen, wir veröffentlichen ja alle Zahlen. Und unsere Zahlen müssen sich irgendwann einmal in der Wirklichkeit messen lassen. Und spätestens dann wird das bedeutsam und auch für die Reputation natürlich des Instituts interessant. Der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass eben Gallup gerade in Amerika eine ziemliche Klatsche gekriegt hat, weil sie eben im Vorfeld schlecht standen und mit am schlechtesten abgeschnitten haben bei den Vorwahlerhebungen. Also insofern können Sie schon darauf vertrauen, dass wir Ihnen das weitergeben, was wir messen. Den Medien kommt natürlich eine gewisse Bedeutung zu, denn Sie müssen die Umfragen ja dann veröffentlichen. Sie sollten eigentlich auch die wichtigsten Momente, da gehe ich nochmal zurück, die wichtigsten Momente einer Umfrage immer veröffentlichen. Tun Sie meistens nicht in Amerika, klappt das besser. Das können Sie allerdings bei uns immer auf der Website finden. Das ist natürlich wichtig, welche Fragestellung. Erstens mal, welcher Zeitpunkt, welches Erhebungsinstrument, aber auch vor allen Dingen, welche Fragestellung haben denn die Umfrageinstitute gewählt. Natürlich kann man da das eine oder andere bewirken. Auch zum Beispiel, was Abfolge von Fragen anbetrifft. Wenn immer Sie Zweifel haben, lassen Sie sich den Fragebogen geben. Wenn ich in Berlin, im Berlin-Trend oder wie immer das dann heißen würde, drei Fragen zum Berliner Flughafen stelle und dann die Sonntagsfrage, die ist wahrscheinlich ein bisschen anders, als wenn ich die Sonntagsfrage vorher stelle und dann die Fragen zu Berlin zum Flughafen. Also insofern, das ist schon bedeutsam. Wir versuchen das durch ein ganz systematisches Verfahren, sowieso Sonntagsfrage immer offen, immer vorneweg, allenfalls mit so einer Art Warming-Abfrage. Also insofern, die Seriosität lässt sich überprüfen. Im Übrigen, zumindest drei Institute liefern ja auch die Daten bei GESIS ab und sind dort, zumindest für die Wissenschaftler, einsehbar. Also insofern, ich denke, Wahlumfragen tragen zu einer durchdachteren Wahlentscheidung bei, stärken den mündigen Wähler, sie stärken auch die Demokratie, gerade in Zwischenwahlzeiten, geben sie eben dem Wähler eine Stimme. Sie wissen, Parteien nehmen das durchaus wahr. Sie müssen sich nicht knächtisch daran halten, aber sie sollten es wissen, wenn Bürger nicht einverstanden sind mit ihrem Tun. Sie ergänzen auch die repräsentative Demokratie damit auch als quasi plebiszitäres Element. Das hilft dann auch ein bisschen, was zumindest auf Bundesebene die Einbeziehung richtiger plebiszitärer Elemente anbetrifft, die ja durchaus strittig ist. Sie verbessern die Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern und sie geben natürlich auch den Parteien belastbare Anhaltspunkte für deren strategische Planungen, ob die dann immer umgesetzt werden und wie. Das ist natürlich, Sie haben es gesehen, das ist ein ziemliches Amalgam. Das ist eine sehr schnelllebige Zeit, da die richtigen Beschlüsse auch langfristig zu treffen, in sich stimmig, konsistent. Auch das ist ja von enormer Bedeutung die Konsistenz der Aussagen. Das ist nicht trivial. Da muss ich eben mir auch überlegen, nicht nur ein Thema zu fahren oder nicht nur zwei Themen zu fahren, sondern heutzutage, das reichte früher sozusagen, wenn ich für Ostpolitik war oder gegen Atompolitik oder irgendetwas. Heutzutage muss ich eben auch Themen, da es eben diese Spalterthemen, diese unheimlich gegensätzlichen Themen nicht mehr gibt, die muss ich auch komponieren, zu einem Narrativ komponieren, um erfolgreich zu sein. Das ist heutzutage sicherlich ungleich schwieriger. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Hilmer, sowohl für den ersten Teil mit dem kompakten Überblick über die vielen interessanten Zahlen, aber insbesondere auch für den zweiten Teil Ihres Vortrags. Einerseits sozusagen die wachsende Zahl der Unentschlossenen, der taktischen Wähler, was ja auch nochmal durchaus unterstreicht, dass es sinnvoll ist, was wir heute hier treiben, dass Wahlkampfstrategien also durchaus noch auf Resonanz stoßen können, wenn diese Zahlen stimmen. Und insbesondere dann auch hier im letzten Teil, wo Sie ja über die Rolle von Umfragen nochmal sinniert haben, dass es nicht ganz ungefährlich ist, auch das haben Sie erwähnt, Gallup in den USA steht ja uns insbesondere auch deswegen am Pranger, weil die Obama-Kampagne ihre Zahlen veröffentlicht hat, die auf 10.000 Interviews pro Abend basieren, online durchgeführt, die ein wenig präziser waren als das, was Gallup sozusagen im Vorfeld veröffentlicht hat, was nicht wirklich überraschend ist bei der Power, aber da können Sie ja entspannt sein. Ich glaube, weder CDU noch SPD befragen allabendlich 10.000 Menschen in Deutschland in ihren eigenen Umfragen. Bevor ich die Diskussion eröffne, würde ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen eine einzige Frage zu stellen, nämlich ob Sie neidisch sind auf den Kollegen Jung von der Forschungsgruppe Wahlen, weil er ja in der Woche vor der Wahl in diesem Jahr zum ersten Mal nochmal mit Zahlen rausgehen darf, was für Sie ja glaube ich nicht zutrifft. Also wir sind da relativ entspannt. Wir folgen natürlich der Politik unseres Auftraggebers, die eben nicht rausgehen. Das ist die Beschlusslage der ARD. Sie setzen also die Tradition fort. Das hat ja auch durchaus was für sich, dass man den Wähler eben sozusagen in der Woche der Wahl nochmal selbst resonieren lassen kann, was er denn für sinnvoll erachtet und sich da ein bisschen zurückhaltet. Es ist natürlich für uns ein bisschen schwierig dann, wenn eben, ich habe es erwähnt, eine Woche vorher eine Wahl stattfindet, die eben in unseren zuletzt dann veröffentlichten Zahlen überhaupt keine Berücksichtigung mehr gefunden hat. Das kann natürlich schon so ein bisschen was bewirken. Man stelle sich nur vor, eben die FDP schafft eben in Bayern nicht den Einzug und die CSU hat da überhaupt keine Veranlassung, da irgendetwas zu unternehmen, dass ihre Wähler Stimmen splitten oder sonst etwas machen. Dann könnte das natürlich auch Auswirkungen haben, aber auch zum Beispiel eben, wenn die SPD schlecht abschneidet, sollte die CSU eben nicht die absolute Mehrheit erreichen und auf irgendwelche anderen Parteien wieder angewiesen sein. All dieses kann natürlich sich durchaus auswirken auf die Wahrnehmung der politischen Landschaft. Wir haben ja gesehen, dass die Wählerinnen und Wähler durchaus ein Gefühl auch für Machtbalance haben. Am deutlichsten ist dies geworden bei der letzten Bundestagswahl. Da hatten wir zwei Wahlen, Landtagswahlen, die parallel zur Bundestagswahl stattgefunden haben. Das war nicht das erste Mal. In Schleswig-Holstein ging es so aus wie meistens, dass eben auf Landesebene im Wesentlichen das Ergebnis rauskam wie auf Bundesebene. Aber in Brandenburg gab es deutliche Unterschiede. Die SPD schnitt im Bund genauso schlecht ab, bei der Bundestagswahl in Brandenburg genauso schlecht ab wie im Bund insgesamt. War nur mit etwa 22, 23 Prozent drittstärkste Partei, glaube ich. Aber im Land war sie mit 33 Prozent eben klar stärkste Partei. Also auch da sieht man, die Wähler haben da jetzt nicht irgendeinen Reflex. Sie haben jetzt nicht eben eine, wie auch immer geartete, länderübergreifende Bindung an eine Partei. Sie orientieren sich immer anders. Und insofern, ja, ein bisschen schade. Aber ansonsten, wir können ganz gut damit leben. Und mal gucken, wer denn dann am Ende. Wir gucken dann natürlich. Und jeder sieht natürlich auch so ein bisschen auf die zuletzt veröffentlichten Daten dann doch ein bisschen näher dran ist. Wir sagen zwar immer, keine Prognose. Da gibt es dann auch immer einen Stempel drauf. Keine Prognose, weil eben sehr viele Unwägbarkeiten immer noch unterwegs sind. Zehn Tage vor der Wahl, aber auch drei Tage vor der Wahl sind Unwägbarkeiten unterwegs. Also ich glaube, es gab eine Reihe von Wahlen. Da wären wir sogar schlechter gewesen in der Woche vor der Wahl als eben zehn Tage davor, weil eben wirklich sich in den letzten Tagen erst diese Dinge entwickelt haben. Also insofern sehen wir das sehr entspannt. Also auch an der Stelle ein wenig Unentschlossenheit noch. Ich habe jetzt schon eine Reihe von Fragen. Es sind Demoskopen im Raum, es sind Journalisten im Raum, ganz normale Empfänger von Umfrageergebnissen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen. Ich würde Sie bitten, sich relativ kurz zu fassen, weil wir schon etwas der Zeit vorangeschritten sind, zu dem Mikrofon zu gehen. Und ich würde vorschlagen, wir sammeln vielleicht mal eine erste Runde von drei Fragen. Sie waren der erste, bitteschön. Ihr letztes Slide war ja sehr interessant. Nur stellt sich immer die Frage, wie stellen Sie denn sicher angesichts einer sich immer mehr differenzierenderen Gesellschaft, dass Ihre Umfrageergebnisse überhaupt noch die Realität abbilden? Wir alle erleben ja auch, dass Ihre Umfragewerte, die Sie ermitteln, Prognosen, immer weniger stimmen. Das ist eine mutige Aussage. Eine gleich provokante Frage. Also in Niedersachsen war das ganz klar, keiner hatte irgendwie das Ergebnis vorhergesagt. Wir sammeln einen Block von drei, hinten am Mikro die zweite Frage. Ich bin nicht ganz so skeptisch, was die Wahlen angehen. Ich habe in Mannheim studiert, vielleicht liegt das daran. Aber ich habe eine Frage, die auch auf die Qualität der Daten hat, sieht Herr Hilmer. Und zwar betrifft das das Thema, das Sie nicht angesprochen haben, das aber viele hier im Raum wahrscheinlich interessiert. Die Alternative für Deutschland, die ist ja bei drei Prozent bei fast allen Instituten. Und wenn ich die Piratenprognosen anschaue oder auch einige andere in den letzten Jahren, dann gewinnt man so eine gewisse Skepsis, ob diese drei Prozent am 22. September hoch oder runter gehen, auch mit der Fehlertoleranz. Und weil die AfD ja meistens von älteren Wählern gewählt wird, sie jetzt aber in den Umfragen 30 Prozent Handydaten verwenden, ich glaube bei Ihnen auch, denke ich, ist das nochmal eine Tendenz, die in die andere Richtung dann geht. Also dass man die älteren Wähler weniger berücksichtigt, die tendenziell eher AfD wählen. Und ich kenne mich da nicht so gut aus, vielleicht können Sie dazu was sagen. Danke. Vielen Dank. Ein spannender Aspekt. Bisher wäre der Vorwurf eigentlich jemand gewesen. Es sind zu wenig Handydaten drin, jetzt sind zu viele drin. Bitte die nächste Frage. Ja, mich interessiert, haben Sie eine Erklärung dafür, wieso Ihre Kollegen von Forsa seit Wochen, Monaten ganz deutlich vom allgemeinen Mainstream der veröffentlichten Meinungsbefragung abweichen? Was machen Sie falsch oder die richtig? Keine Ahnung. Sagen Sie was. Wir nehmen noch eine, die letzte Frage gerade mit. Uns sind schon eigentlich alle Sprengsätze angesprochen hier. Ich habe auch eine Frage in Sachen Methoden und zwar interessiert mich, wie Sie mit Ermüdung Ihrer Befragten umgehen, weil das Thema der Häufigkeit der Frequenz ja auch mehrmals gefallen ist. Herr Hilmer. Ja, ich gehe es mal jetzt doch sequentiell durch. Repräsentativität, wie stellen wir sicher, dass die Qualität der Daten gewährleistet ist? Dann kann ich gleich das zweite mit einbeziehen, indem wir eben jetzt wieder alle Leute erreichen in unseren Vorwahlerhebungen. Wir haben ja, oder mal vorausgestellt, fast alle Institute sind per Telefonstichprobe unterwegs. Allensbach mit mündlicher Persönlicher. Fast alle wählen ein Zufallsstichprobenverfahren, Allensbach Quote. Also es gibt da sehr viele Ähnlichkeiten. Telefonstichprobe halte ich immer nach wie vor für das bessere Verfahren. Das ist sehr aktuell, das ist unheimlich zeitnah, kann eben auch Aktualität mit einbeziehen und das ist gerade im Vorfeld von solchen Wahlen sehr wichtig, kann auch sehr gut kontrolliert werden, was Fragestellungen anbetrifft. Man hat eine Response zu den Befragten selbst, zudem ist es auch noch kostengünstig und eben auch schnell durchführbar. Aber zuletzt eben war das Problem, dass tatsächlich eben immer mehr Leute vom Festnetz auf mobil umstiegen und zwar exklusiv auf mobil, also über Festnetz gar nicht mehr erreichbar waren. Da gab es eine Diskussion. Wir haben das natürlich sehr intensiv verfolgt. Auch unser Verband hat da ja eine Studie durchgeführt, kam zu dem Ergebnis, dass irgendwann einmal sinnvoll ist, den Umstieg zu schaffen, dann wenn eben einfach der Schwellenwert oder ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht abwarten. Wir steigen jetzt schon ein. Wir nehmen eben die Mobile-Anschlüsse jetzt mit hinein mit demselben Auswahlverfahren, das ist ein repräsentent Zufallsverfahren, also ausgehend von real existierenden Telefonnummern, deren letzten beiden Ziffern eben getauscht werden, per Zufallsgenerator verändert werden. Dadurch stellen wir sicher, dass wirklich alle existierenden Nummern auch potenziell erreichbar sind. Das ist eben die Grundvoraussetzung für Repräsentativität. Da kriegen wir Alte genauso wie Junge. Wenn eben die Antwortbereitschaft absolut gleich wäre und die Erreichbarkeit gleich wäre, dann bekämen wir also genau die Bevölkerungsstruktur, die tatsächlich in der Bundesrepublik vorhanden ist. Das ist nicht der Fall. Deswegen müssen Daten auch nochmal ausgeglichen, justiert, gewichtet werden, wie es heißt. Das sind sehr bewährte Verfahren. Ich denke, da müssen wir uns jetzt gar nicht verstecken. Ich denke, und das zeigen auch die Erfahrungen, dieser Einbezug ist besser, hat uns zumindest nach vorne gebracht. Wir kriegen jetzt eben auch junge Leute, die wir vorher nicht mehr bekommen haben. Wir haben natürlich auch junge Leute bekommen mit Festnetz, aber die sind ein bisschen anders als eben die jungen Leute, die nur mehr mobil erreichbar sind. Das sind junge Männer in den Städten. Das war bislang so eine gewisse Weile nicht so sonderlich relevant, weil die sich auch nicht so rege an Wahlen beteiligt haben. Aber spätestens mit den Piraten wurde das natürlich zum Thema. Wobei, das kam ja auch kurz im Zusammenhang mit der AfD so als eine etwas kritische Anmerkung. Wir hatten keine Probleme, die Piratenwähler auch in den Vorwahlhebungen zu ermitteln. Die waren voll in unseren Stichproben auch drin, selbst als wir eben noch mit Festnetz unterwegs waren. Also deswegen haben wir auch eine ganze Weile noch gezögert. Das sind Gruppen gewesen, die sich hier sehr gern unseren Fragen gestellt haben, die sich nicht verweigert haben. Anders als eben Wähler rechtsradikaler Parteien. Da gibt es das Problem, dass die sich nicht offenbaren, dass die nicht mitmachen wollen. Jetzt zur AfD. Das ist eine Partei, die genauso gut mitmachen wollen. Das ist in der Tat so, dass das eher die älteren Wähler sind, die wir wahrscheinlich eher mit Festnetz erreichen. Aber wir haben Festnetz auch weiterhin drin. Also wir haben kein Problem, die älteren Wähler zu erreichen. Insofern gehe ich davon aus, die drei Prozent, die sind schon ein realistischer Wert. Wie sich der entwickelt, muss man sehen. Die AfD hat ein Problem. Sie ist eine Single-Issue-Partei. Sie hat nur ein Thema. Wenn das Thema bei der Bundestagswahl keine Rolle spielt, dann wird auch sie keine Rolle spielen. Wird das Thema aufkochen, hochkochen? So ähnlich wie kurz vor Zypern, wo man schon gemerkt hat, dass die Leute so ein bisschen nervös wurden. Die CDU hat zwei Punkte verloren im Umfeld von Zypern, aber dann gewannen die Bürger wieder das Vertrauen in die Bundeskanzlerin, in den Finanzminister und das Ganze war gegessen. Solange die Stimmung so ist, glaube ich, wird die AfD nicht die Erfolge erzielen, zumindest die die Piratenpartei erzielt hat. Sie kommen ja auch ein bisschen anders daher. Daher diese Überraschungsmomente bei den Piraten fehlten. Ganz kurz, wir haben relativ viele Fragen noch. Okay, noch kürzer. Was ist das Geheimnis von Herrn Güllner? Kurz mal gucken Sie sich die Zahlen heute an. Die liegen derzeit im Schwankungsbereich. Insofern in der Vergangenheit will ich jetzt gar nicht groß blicken. Derzeit gibt es da keine Probleme. Was waren die Ermüdungserscheinungen? Wir haben in der Wahlforschung sicherlich ein bisschen den Vorteil, dass wir eben jedes Mal, wenn wir die Leute befragen, erstens immer sagen können, warum wir das tun. Man kann es nachvollziehen. Wir können sagen, Sie können Donnerstagabend dann in den Tagesthemen das anschauen. Bei der Wahltagsbefragung dann um 17.45 Uhr. Die Wahltagsbefragung, die im Übrigen ja mit einem ähnlichen, zumindest im Prinzip, was die Stichproben das Verfahren anbetrifft, mit einem weitgehend im identischen Verfahren durchgeführt worden, zeigen, wie gut die Stichproben nach wie vor funktionieren. Denn die Exit-Polls erbringen Prognosen von einer Genauigkeit. Das ist auch weltweit ziemlich, da muss man schon suchen, bis man vergleichbare Werte hat. In Niedersachsen zuletzt 0,8. Wenn man bedenkt, dass wir nur ganzzahlige Werte nennen, kann man da nicht meckern. Die Ermüdungserscheinungen, also wir versuchen die Interviews gerade im Vorfeld der Bundestagswahl auch kurz zu halten, damit die Leute uns nicht abspringen vor der Wahl. Allerdings ausreichend komplex, damit wir wirklich die wichtigen Indikatoren drin haben. Wir sind alle Institute relativ bekannt. Insofern haben wir da deutlich weniger Probleme als andere Institute, die im EM-Marktforschungsbereich dann tätig sind. Wunderbar. Vielen Dank, Helmer. Dann würde ich die zweite Runde eröffnen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns noch so etwa zehn Minuten. Herr Wilhelmi, sieht es mir nach. Es gibt mindestens drei Fragen noch. Zwei hinten und Sie hatten sich hier vorne gemeldet. Oder vier sogar. Dann nehmen wir die im Schwung nochmal mit und fangen vielleicht hinten an. Ja, ganz kleine Nachfrage zur Grundgesamtheit. Der Zensus ist ja jetzt neulich rausgekommen. Was hat sich dadurch eigentlich für Sie ganz praktisch verändert? Vielen Dank. In Amerika gibt es seit geraumer Zeit zwischen James Fallis, Andrew Sprung und Frank Klein eine immer wieder aufflammende Diskussion um die Frage, welche Auswirkungen Präsidenten oder Kandidatenreden auf einen Umschwung in den Opinion Polls haben. Und gibt es hier für den deutschen Raum in den letzten zehn, zwölf Jahren Indikatoren, die den Einfluss herausragender Reden auf eine umkippende Stimmung dokumentieren? Danke. Vielen Dank. Herr Seitz. Herr Helmer, eine Frage. Sie haben gesagt, Meinungsumfragen können Wahlen beeinflussen, Wahlentscheidungen beeinflussen. Das heißt aber auch, Meinungsumfragen können Wahlen entscheiden. Weil wenn es Effekte gibt, können es auch die entscheidenden Effekte sein. Und stellt sich dann nicht für Meinungsvorschungsinstitute nochmal ganz anders die Frage nach Verantwortung, nach Legitimation und auch nach Transparenz. Herr Göhner ist immer wieder die Frage, stimmen die Zahlen? Man kann auch andere Zahlen Fragezeichen machen. Warum veröffentlichen Sie eigentlich nicht die Regeln, nach denen Sie gewichten, um dort der Öffentlichkeit auch den Experten zu mehr Transparenz zu verhelfen? Vielen Dank. Hinten gab es noch eine Wortmeldung. Ich bin seit einer Reihe von Jahren Wahlvorstand und stelle dabei fest, ich habe ja einmal die Altersstruktur, dass die ältere Generation 60 aufwärts fast zu 100 Prozent wählt, sei es mit Rollator, Rollstuhl und so weiter. Und die Jüngeren sehr wenig. Kann es sein, dass es an dem Bezirk liegt, hier in der Mitte, wo die Leute sagen, schönes Wetter oder Regen, ich kann nicht zur Wahl gehen. Inwieweit wissen Sie das, wenn Sie Umfragen machen? Und wird es auch in Ihrer Umfragen mit Einbezogen, dass Sie wissen, eben bei den Älteren vielleicht 90 Prozent gehen zur Wahl, 95, bei den Jüngeren vielleicht nur 40, 30, keine Ahnung. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr aus dem Plenum. Ist das richtig? Doch, dann ganz kurz bitte noch. Sehen Sie eigentlich wirklich noch eine Chance dafür, dass Rot-Grün eine Mehrheit bekommen kann? Prima, ich würde die Wahlbeteiligungsfrage vielleicht noch um eins ergänzen, nämlich wir haben heute Morgen gehört, dass Mobilisierung für die Parteien ein wichtiges strategisches Element in diesem Bundestagswahlkampf ist. Und wir wissen ja auch, dass Wahlbeteiligungen und Umfragen ein schwieriges Verhältnis zueinander haben. Bereitet Ihnen das Sorge sozusagen, dass Wahlbeteiligung diesmal anders funktionieren könnte, als bei früheren Wahlen und wie gehen Sie damit um? Und damit hätten Sie die Möglichkeit zu einer abschließenden Beantwortung dieser vier, fünf Fragen. Ja, also was die rot-grünen Chancen anbetrifft, also ich werde mich hier sicherlich nicht als Spekulant, was Ausgang von Wahlen anbetrifft, hervortun. Nun, also das ist, die Situation ist klar. Wir haben zwei, jeweils zwei Parteien, die miteinander die Mehrheit erringen wollen. Es ist mindestens eine fünfte Partei, die auch eine Rolle spielen wird. Auf die Rolle dieser Partei hat Herr Weidenfeld hingewiesen. Derzeit haben wir weder eine Mehrheit für Schwarz-Gelb, noch eine Mehrheit für Rot-Grün. Rot-Grün, wir haben es gesehen, gerade die SPD hat sicherlich da noch Potenzial nach oben, weil sie in bestimmten Kernbereichen eben noch nicht so realisiert, wie das zumindest in früheren Jahren der Fall war. Zum Beispiel eben soziale Gerechtigkeit in NRW, in Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie eben sehr erfolgreich war, da hatte sie Kompetenzzuschreibungen von über 50 Prozent. Also wenn sie da an diese Werte anzuknüpfen, vermarkt, dann ist da sicherlich noch ein bisschen was drin. Aber es ist in jedem Fall eine sehr knappe Wahlentscheidung, die allerdings natürlich auch davon abhängt, wer kommt denn überhaupt rein ins Parlament. Auch das ist ja eine offene Frage. Und auch die Frage, wie viele Stimmen bleiben letztlich draußen, denn das ist ja entscheidend dann auch für die Mehrheitsbildung. Je mehr Stimmen draußen bleiben im Parlament, desto einfacher gibt es da eine Mehrheit. Traditionell ist der Anteil der Kleinstparteien bei Bundestagswahlen sehr gering. Zuletzt war er, glaube ich, so bei 5 Prozent etwa. Das heißt, man brauchte schon satte 47,5 Prozent, um die Mehrheit zu erreichen. Die hat schwarz-gelb erreicht, hat sie so nochmal deutlich erweitert durch Überhangmandate. Die gibt es allerdings nicht mehr. Diesmal hätte man eben dann auch mit 47,5 die Mehrheit. Also das sind so eine Reihe von Dingen, die das schwer einzuschätzen lassen. Wir hatten ja eine Situation noch vor etwa einem Jahr, wo die SPD, wo Rot-Grün ziemlich nahe an der Mehrheit war, wo der Kandidat auch in den Umfragen, zum Teil in diesen Kanzlerpräferenzumfragen eben sehr nahe, zum Teil sogar vor der Kanzlerin lag. Insofern gibt es da mit Sicherheit eine Reihe von Unwägbarkeiten. Aber klar ist immer, der Weg nach unten geht schneller, nach oben geht schwieriger. 100 Tage ist jetzt schon eine begrenzte Frist. Aber es gibt eben keine klare Mehrheit. Insofern ist die Wahl nach wie vor völlig offen. Wahlmüdigkeit, Wahlbeteiligung, das zeigen auch unsere Umfragen, dass eben Jüngere sich weniger an Wahlen beteiligen, unentschiedener sind, häufiger sagen, ich werde nicht zur Wahl gehen. Das entspricht auch der offiziellen amtlichen Wahlstatistik. Da gibt es zwar so einen kleinen Knick, die 18- bis 21-Jährigen, die haben noch eine relativ gute Wahlbeteiligung, dann geht es nach unten, weil eben die Interessen andere sind, steigt dann allerdings wieder. Insofern finde ich die Debatte, das Wahlalter zu kürzen, durchaus interessant. Ich finde auch die Initiative U18 interessant, denn was man sozusagen in den jungen Leuten als politisches Interesse eingeimpft hat, das wird sich hier sicherlich auf dem Niveau dann eben auch weiter bewegen. Insofern lohnt es sich dann schon, in Schulen, in öffentlichen Institutionen eben auch bei jüngeren Leuten starker für Politik zu werken. Im Übrigen, die Piraten haben ja auch gezeigt, dass es geht. Die Piraten haben gezeigt, dass man auch bis dato eher politikferne, junge Leute begeistern kann, für Wahlen sogar begeistern machen, zu mitmachen. Die haben ja nicht nur Stimmen gewonnen, die haben auch Mitglieder gewonnen und das waren eben mehrheitlich jüngere Mitglieder. Also es geht schon, da können auch die anderen Parteien sicherlich lernen. Umfragen können Wahlen entscheiden, die Forderung daraus nach Transparenz. Also wir haben zumindest die Forderung insofern berücksichtigt, dass wir alle Umfragen veröffentlichen und zwar wirklich ziemlich vollständig. Die Parameter der Umfragen bekommen Sie sofort frei Haus übers Internet geliefert. Die Daten selbst inklusive dann auch der Gewichtungsfaktoren können Sie dann, wenn Sie wissenschaftlich unterwegs sind, eben bei GESIS einsehen, können daraus Schlussfolgerungen ziehen. Sehen Sie uns nach, dass wir die Rezepte nicht mitliefern, aber Sie können Sie mir das nachvollziehen, ob eben die Rezepte, die sich dahinter befinden, irgendetwas auch mit den Rohdaten zu tun haben. Sie werden sehen, bei uns und ich nehme an, auch bei allen anderen Instituten ist das der Fall. Die amerikanische Diskussion, was Auswirkungen von den Kandidatenreden anbetrifft. Also soweit sie eben medial verbreitet werden, können die sicherlich Wirkung erzielen. Das ist allerdings eher selten der Fall. Die sicherlich intensivste Möglichkeit der Kandidaten, sich einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, bieten ja die Duelle an, wo die beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD sich immerhin in einem antiquierten, medialen Setting von anderthalb Stunden den Fragen der Journalisten stellen. Und diese Sendung finden ja, obwohl das Format ja eher so ein bisschen antiquiert scheint, ein reges Interesse. Wird von Millionen von Zuschauern verfolgt. 2002 waren es, glaube ich, 20 Millionen Haushalt. Ich weiß jetzt nicht, wie die letzten Werte waren. Also da sieht man schon, das trifft auf Interesse und da kann man natürlich auch was bewegen. Das zeigen die Umfragen, die ich Ihnen gezeigt habe. Das zeigen die Wahlergebnisse. Denken Sie nur an Frau Simonis, die seinerzeit als großer Favorit industriell startete und dort keine sehr glückliche Figur machte. Und der Gegenspieler Carstensen, von dem er jetzt nicht allzu große Erwartungen hatte, was die mediale Präsenz anbetraf, der hatte sie klar übertroffen. Und das hat nicht zuletzt auch diese Wahl entschieden. Also solche Dinge, ja. Kandidaten reden, die finden ja doch meistens eben in größeren Zusammenhängen statt. Vielleicht, da verfüge ich aber über keine Zahlen, wenn sie eben über das Internet dann auch übertragen werden und in großer Form dann auch wahrgenommen werden. Die können natürlich dann schon auch was bewegen. Und Zensus, letzte Frage. Ja, also für die Umfragen bewirkt es natürlich gar nichts, weil an den Prozentwerten der Bürger ändert zuerst einmal nichts. Wir würden, wir müssten wahrscheinlich irgendwann mal unsere Wählerwanderung etwas aktualisieren, denn da geht tatsächlich die alte Zahl der Wahlberechtigten, wie sie eben die statistischen Ämter uns vermeldet haben, ein. Und wenn die eben um 1,5 Millionen geringer ist, dann ist auch eben die Wanderung geringer. Vor allen Dingen natürlich die Wanderung ins Nichtwählerlager, weil die Differenz der Wähler zu den Nichtwählern, das bezog sich immer auf den Zensus auch. Und wenn es eben tatsächlich 1,5 Millionen, davon sagen wir mal eine Million Wahlberechtigte mindestens ist, dann ist auch das Nichtwählerlager ein bisschen kleiner geworden. Wunderbar. Dann bleibt mir nur abschließend Ihnen allen für die engagierte Diskussion, Ihnen, lieber Hilmer, für den spannenden Input und die sozusagen konditionsreiche Beantwortung all der schwierigen Fragen zu danken. Und ich bitte Freinach Jogi Löw um höchste Disziplin. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause und machen dann aber wirklich pünktlich weiter, sonst kommen wir arg in Verzug. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank.